Wir von der ThyssenKrupp Steering sind in Lichtenstein daheim und auf den Strassen der Welt zu Hause. Unsere Längssysteme sind die Nummer 1 in jedem vierten Auto weltweit. Hallo miteinander, ich bin Diana Buchgehr im ersten Lehrjahr als Polymechanikerin und arbeite bei der ThyssenKrupp Presta in Oberegg. Hoi, ich bin Andrin Reisch, ich bin im zweiten Lehrjahr als Polymechaniker in der ThyssenKrupp Presta in Eschen und heute zeigen wir dir unsere Werkstatt. Meine Arbeiten sind mega vielfältig und man kann mit vielen verschiedenen Maschinen arbeiten. Alle meine Arbeitskollegen sind sehr hilfsbereit. Gut finde ich, dass man unsere Arbeitszeiten in einem gewissen Mass selber wählen kann. Was du mitbringen sollst, ist technisches Verständnis, Motivation und du musst gerne ein bisschen rumschrauben. Der Prof ist cool, weil man aktiv mit seinen Händen arbeiten kann. Bei uns im LRZ haben wir einen sehr guten Kontakt zu anderen Berufen. Durch das haben wir ein sehr gutes Klima unter den Lernenden und können noch viele Projekte zusammen umsetzen. Bei der ThyssenKrupp Presta erwartet ihr eine tolle und lehrreiche Zeit. Wenn du den Prof Polymechaniker näher kennenzulernen willst, dann freue ich mich auf dich. Ich habe bei der Presta eine Lehre gefunden, die zu mir und meinem Leben passt. Werde auch du Teil unseres Teams und gib deiner Lehre den richtigen Drive. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.